so jetzt haben wir ordentlich die taschen voll wunderbar die nehmen wir einfach mal mit und kann man da nicht durchbauen was denn das es liegt es es liegt das klümpchen im nässer schub ja entschuldigung na komm na geh schon geht durch ja jetzt jetzt ja so so mal gucken was man dahinter machen irgendwas will ich dann auch hinter machen man brauche nicht da durchlaufen oder wir nutzen das nur noch ihren geheimgang zu machen aber auf quatsch blödsinn so gehen wir mal heim es sieht verdächtig dunkel aus draußen jetzt gerade hell oder na ja haben wir noch ein bisschen sand mit wohl den hätten wir ja jetzt hier von der festung noch weg schrauben können den sand so hier zum beispiel weil wie gesagt die will ich auf jeden fall ausgraben die festung wobei ich mir allerdings denke dass das verdammt viel arbeit sein wird und das dürfte für euch dann nicht so interessant sein aber na gut schauen wir mal schauen wir mal wie immer wo ist denn der sand ach da also das hier sieht doch sehr gut aus guckt mal zap 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 bam ein stack glowstone super super 5 blaze rods eine magma creme und nochmal 53 glowstone dust wenn sich das nicht gelohnt hat dann weiß ich nicht für unseren ersten laser ausflug super absolut super da ist ja auch noch so gucken wir mal was unsere kollegen da im dorf so sagen nur so kurzen blick das loch wollte ich nicht den boden hauen aber egal na kollegas wo seid ihr denn haben wir smooth sandstone da sandstone den hölzern war dann mal hier mal erde haben wir auch machen wir das nämlich auch noch schnell so das auch erledigt da können wir noch unseren rein stupfen na jungs was sagt ihr denn zehn fisch du jetzt ein emerald habe ich haben wir ein emerald weiß ich gar nicht elf bücher hallo das lassen wir das lassen wir ich will hier jetzt keine renovierung 20 weizen für einen emerald na das lässt sich doch machen mein freund haben wir doch schon elf können wir den doch gleich mal zufrieden stellen ich weiß gar nicht die können ja mittlerweile einen spieler auch mögen oder auch nicht mögen wir haben wie das genau abläuft ich weiß auf jeden fall dass wenn man sie tötet man schlechten ruf kriegt wo warten der kerl jetzt da so vielleicht noch ein anderes angebot ne brauchst du dich doch jetzt freut er sich was hat er jetzt noch hilf pfeile könnte ich jetzt schon herr ist okay 16 fleisch zehn gravel und ein emerald für fünf flint also mal ehrlich das ist ja hohe man 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 der gehört vergraben der kerl für den preis haben die sich hier schon vermehrt oder waren das schon immer so viele wäre ja schön wenn sie sich schon vermehrt hätten würde mich freuen da werden wir auf jeden fall noch für sorgen sieht ja interessant aus dadurch dass wir das dorf ja auch noch nicht nicht nur etwas verschönern wir wollen uns ja auch noch ausbauen ein paar zusätzliche häuschen dran und so auf die art werden das auf jeden fall noch mehr bewohner das steht fest dass ich noch gar nicht gesehen dabei haben wir ja doch schon wirklich lange in diesem dorf verbracht na gut mal auf den heimweg machen und hört gar kein wassergeräusch na ja na gut immer noch ein bäubchen mit weil so viel holz hat man auch nicht mehr noch irgendwo bäubchen wird man mitnehmen ja jeden kommen die großen sack weil man hier ist wahrscheinlich warten müsste irgendwo was die nehmen mit 18 haben wir noch ein paar ich weiß nämlich schon dass wir holz brauchen werden von daher nehmen wir etwas mit kommen die schiedsamer weg den apfel brauchen aber nicht ich möchte gerne ein setzling haben dass wir hier wieder nach pflanzen können so ja egal nicht noch mehr setzlinge doch da hinten ist wieder einer hier sind setzlinge wunderbar dahin da haben wir einen gekloppt das sieht doch so komisch aus hier da geht es nach hause wie viel haben wir 28 26 noch nicht so wirklich weltbewegend nehmen wir noch einen mit und noch einen mit gibt mir noch ein paar setzlinge da ist ein setzling direkt zum nachpflanzen und mehr 22 der hat sich gelohnt der auch so jetzt habe ich die wolle in der tasche der platz wird ja jetzt gleich direkt wieder frei moment und ab nach hause dann legen wir nämlich mal die ganzen kram ab und dann gucke ich mal ob ich euch noch zeige was ich denn wofür ich denn das holz jetzt noch gesammelt habe auch die darin können wir mal die mussten sturm krisseln zenton zenton ach so ja diese sensoren sorten das ist schon irre und das ist etwas schwierig auseinander zu halten finde ich sondern immer mal die zwei mit runter so große da hat man weg den behalten wir mal ich habe hier kann man da noch wird echt zeit das war noch mal in keller weit weitermachen das ist aber auch so ein ding auch wir hatten ja schon immer wir haben ja einen in der höhle gefunden ja richtig richtig jetzt kommt es mir wieder so klaus tun die legen was auch mal hier rein das erwarten brauchen wir jetzt auch nicht sofort ihr seht schon langsam gibt es wirklich einen grund den keller auszubauen weiter so keine angst das mache ich nicht jetzt halt fällt da noch was ein wo waren die streams ich hatte doch gesagt wie wir an dem feld arbeiten gearbeitet haben dass die strings nicht reichen für die distanzer dispenser herzustellen das war wohl eine lüge wir haben ja 25 strings das müsste doch locker reichen wir brauchen noch sechs dispenser und die kriegen wir wohl locker mit den 25 strings hier gebastelt ja ich weiß ich mache jetzt gerade sieben aber der grund für den siebten ist das da so links hier wieder ein habe in den keller gut gut muss mal ein bisschen glas backen jetzt haben wir kein cobblestone mehr natürlich jetzt wieder sehr sehr gut so das wollte ich auch noch machen egal so wie viel level haben eigentlich 16 diesen mal diesen mal so wie sieht denn das aus okay okay hoch dann machen wir mal eben diesen hier schabob nein und den an und scheiße jetzt kann ich das hätte ich anders machen müssen das hätte ich anders machen müssen dahin jetzt denkt ihr what the fuck macht er denn schon wieder ja ist begründet dieses wort ich hätte es nämlich so machen müssen denn da rein und an so hier sieht es aus als wäre nichts gewesen jetzt den da weg und die dahin das sieht doch direkt besser aus oder also ich jetzt von oben gemacht habe ich habe den block da mit dem schalter zum unter strom gesetzt so dass die lampe strom kriegt und alles gut wenn wir die jacolenta hier mal rein ploppen könnten auch in die kiste ploppen dann gehen wir mal kurz pennen dann brauchen wir dummerweise cobblestone dummerweise brauchen wir cobblestone dann